Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Card Hunter. Das letzte Mal haben wir unsere Gruppe wieder etwas besser ausgerüstet. Wir haben hier noch ein Level-4-Adventure. Das machen wir als nächstes. Adventurers! Der Lizardman Priest Slopgut ist leading an Uprising. Apprehende diese scaled Menace und bringe ihn zur Justiz. Wieso sind die Bösen immer die Hässlichen? Ich finde das nicht richtig. Somewhere in the ancient seward. Pardon, Kinder. Auf Shieldhaven lies the hidden layer of Slopgut... Slopgut? Ach so, verdammt. Da biegt was auf einem Bildschirm. Slopgut. Malige Priester von Lizardmen. Plundere diese Dänne von Skale die Iniquität. Und liberiere ihre Träger, wenn du da bist. Na klar. Was? Sieh, Udo O'Connor. Wissen Sie, was für ein 12-Sided die ist? Das ist immer ein Mysterium für mich. Für Barbaren natürlich. Der ist nur dafür da. Der ist für Barbaren. Also wenn man ein Barbaren bei D&D spielt, kriegt man ein 12-Seiter für die Lebenspunkte zum auswürfeln. Und es gibt ein paar Schwerter für die Barbaren, die mit 12-Seitern würfeln. Das ist immer noch 12-Seiter. Also schon sehr cool aus. The journey to find Slopgut's lair begins in the sewers beneath Shieldhaven. The ancient sewers are a place fit only for these subhumans. The stench of ordure is overpowering. Es stinkt schon wieder. You are approached by two Lizardmen-Warriors stationed here as an outer god. They bar your path with wicked poisonous spears. Interessant. Ich würde normalerweise verhandeln. Wieso kann man keinen Baden spielen? Der würde verhandeln. Okay. Na okay. Hing fort mit euch. The floor is slippery with a malodorous slime, but I rolled a 15, so you didn't stumble few. Okay. Holy Presence. Das müssen wir offensichtlich spielen. At the start of each round discard all cards attached to adjacent allies. Oh. Was heisst wir sollten besser alle Karten ausspielen, weil sonst verlieren wir alle Karten. Was der andere macht. Ah, das schaut gut aus. Der kommt uns entgegen. Der kommt uns entgegen. Der kommt uns entgegen. Dann machen wir auch gleich das. Was sind sogar zwei verschiedene? Hm. Das ist aber lieb von ihm. Na dann. Machen wir mal das. Echt jetzt? Mehr macht er nicht? Au. Puh. Das war ein ganz schöner arger Schlag. Wenn ich das jetzt spiele, The Righteous Frenzy, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Macht er zwei Schaden mehr oder ein Schaden mehr? Zwei, das ist gut, weil jetzt kann man mit dem Long Spark den dahinter healen. Bist du Irre? Ah, okay. Der hat aber keine Karten mehr. Das heißt... Warte mal, wenn sich jetzt da eins vorgeht und Bash macht, dann müsste er doch endlich eins weiter nach rückwärts gehen oder auch nicht. Verdammt. Ich hoffe einfach, dass sie in der Lage ist, den dann in der nächsten Runde als erstes zu killen. Außer dann wird sie jetzt geheilt. Oh, cruel! Danke! Oh, Mist. Das war natürlich nicht sehr klug. Ach, weh. Dann töten wir den mal. Ja, wir töten ihn mal. Das kommt auch davon, weil wir unbedingt unseren Magier in die erste Reihe stellen müssen. Was? Ich werde ein bisschen besser drehen. Garry, du rollst Dice, wie du sie möchtest. Dice-rollen braucht subtlety und vigor. Oh, Gott. Only creatures as low as Lizardmen would use poison in open battle. Though these foes lack honor, you search the Lizardmen corpses and find several items of value. Fortunately, the noxious gases and raw sewage here are deeply corrosive and will dissolve their bodies, covering your tracks. Na super. Unsere Wüstungen bleiben erhalten. Okay. Sure Healing Orb. Healing Pulse. Ja, das ist immer ganz gut. Sure Strike Blessing. Attach the target. When target next plays a melee attack, that attack is unblockable and penetrating duration 1 or until triggered. Okay. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Was kann denn das da? Das wäre eins von diesen beiden Plätzen. Hm. 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 Ja. 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 Jubel und Wahlzeuge. Hey, das könnte ich die Gäste machen. Es wird mir sehr gut ausfügen, der kleine Bruder. Okay, und mein Server ist gerade wieder weg. Das ist interessant. Warum muss ich off-online sein, um dieses dumme Spiel zu spielen? Okay, das spricht auch natürlich gegen dieses Ding. Descending a rusted ladder brings you to the slime tunnels, a maze of filthy and unsanitary passageways. Slopgut has posted more of his guards here. Bubbling out of cracked pipe comes some kind of sentient black ooze. It joins the reptilians and they attack you. Negotiate with the black ooze. I'm afraid I rolled a three, so instead you further enraged it. Ah super. Black ooze. Was schon nicht kudos. Okay. Okay. Okay, okay, okay. I hope you get an asset some of them. Okay. 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 Take this, elendes Vieh. Okay. Wen werden wir jetzt töten? Hm, wer kriegt mehr Schläge ab, der dort unten? Wenn ich oben das mache, kann ich beide umbringen? Weiß ich gar nicht. Ich mache unten mal 3 und 5 Schaden, äh, oben. 3 und 5 sind 8. Und das sind 2 mal, das heißt 12 Schaden. Das heißt, mit dem töte ich den dort. Das war mal ganz gut. Ja! Und den anderen, können wir den auch killen? Ich nehme schon an. Wir machen da 3, 6, 9 Punkte Schaden. Und mit dem Spark... ...??? 1x2 Krasses Na dann passen wir auch Ich stehe nämlich eigentlich ganz gut Sehr gut Ok Ok Achso wir müssen den Mind Leaker als erstes schweren Na super Naja gut Damit können wir Aber dafür haben wir auch eine Holy Presence Das wiederum macht was schnell In der start of each round Discard all cards attached to adjacent allies Then heal one Those allies Ja ok Gut Soll sein So Dann haben wir gesagt Warte mal wie weit geht der 1x2 Felder Was heißt wenn wir da her gehen Erwischen wir nicht Was ist So ich bin jetzt wieder im Fall recht zurück Gut dann 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 Warte mal 2x2 Warte mal 2x3 1x2 1x3 1x3 2x3 2x3 Gut, na dann. Machen wir ein Ende der Runde. Darum hat das Ding nicht angreifen können, wenn es direkt neben uns steht. Die Rüstung ist super. Die rettet uns. Spark Generation. Und dann? Achso. Hm. Wir müssen aber schon den Spark Generation später haben. Außerdem sehe ich gerade... Was kann das? Shoe Strike Blessing. Achso. Ja, das ist eigentlich gar nicht einmal so wichtig. Achso. 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 Das war ein Cocked Dye. Das war ein Cocked Dye. Was denn ein Cocked Dye ist? Aber ich nehme mal an. Irgendwie ein verfluchter Würfel. Das ist irgendwie... Ein Common Arcane Item. Big Zap und Fire Spray. Ich würde nur sagen, das gehört da irgendwie hin. Um... 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 Um milkshake zu Calk in... Okay. Okay. Um uns bewegungsunfähig zu machen, ist nicht so mies was Bewegung betrifft. A harsh voice cries out. You dare approach our ancient home surface while us prepare to die. Warum sind wir wirklich darunter? Okay, wir haben da einen Hellspruch. Wir haben da einen Firespray und einen Big Zap. Das klingt gut. Wir machen mal einen Pass und warten, was der Typ macht. Mal schauen. 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 und immerhin den können wir treffen treffen wir da auch unseren eigenen typen und die sollten mal netter sind das ja genau wie hinter ihm beim gehen das könnte ja so super rumrennen ja schade den ringtouch ok ach ist so doof von mir aber weil das so schön eingezeichnet war naja gut so da haben wir noch ach so bad luck was kann eigentlich bad luck attach the target whenever target rolls it die subtract one from it so okay das ist aber nicht nett mhm warum ist der jetzt verstorben was habe ich gemacht ach so der hat noch gebrannt deshalb okay new card whenever target character would take damage that character takes an additional 3 damage of the same type duration 2 uuuuuh schlimmer als das was wir vorher hatten an holy curse der meint das aber ernst die arme aber nachdem sie jetzt sowieso nichts machen kann geht sie da hinten ins winkel und tut so als wäre sie nicht da der hat noch keine netzdings oder weg fangen sie des dem man ... Scheu-Strike-Blessing Okay... Dann ist jetzt der zweite... Auf! Und... Noch ein unholy Curse... Nur was bringt das, wenn keiner von euch Schaden macht bei mir? Und du kommst... Vielleicht doch wieder etwas vor... Das ist jetzt nicht unbedingt der großartigste Kämpfer hier... Jaja, hast schon recht, geh nur weg! Wieso habe ich eigentlich eine Rüstung? Au! Hörst du auf... Den armen kleinen Süßen zu schlagen? So... Sie... Ah, da hatte ich keine Karten... Ja, das ist gut... Okay, dann machen wir hier... Dann machen wir ein Righteous Friend, sie... Auf das Medium... Und... Jetzt hauen wir mal ganz fest die Daufe... Und... Und... Und machen noch eine... Sieb... Aber den Fernkämpfen wird nur eins erhöht... Deshalb... Und... Wenn wir nachher kämpfen sind, sind es zwei, die erhöht sind... Oh genau... Oh nein... Die Dämonen... Die wir das folgen haben... Duh... Ich mag ihn... Ich mag ihn... Und... Ich mag ihn... Ich mag ihn... Ich mag ihn... Die Dämonen... In der Nähe... Ich mag ihn... Ich mag ihn... immer. Power Tokens allow you to equip more powerful items. You will get more Tokens as you reach a higher level. Each Characters Power Token are shown under the Figure. Let's see what we are going to do now. Miner Power Token. Can I give it to you? No. okay aber wir können jetzt eine divine weapon noch nehmen das ist nicht schlecht das ist definitiv etwas was ich hätte lassovius arcane item okay fire spray big sap was kann das memory loss force bolt slide back one naja penetrating sap force bolt und sap mehr roms machen wir mehr roms noch eine waffe da könnten wir uns dieses portalet die nehmen wieder ok was kann das noch so ein traveler ding das schaut ja cool aus ich glaube das nehmen wir das ist ein diamant definitiv das besser das ist so eine waffe kann ich das irgendwie irgendwo einsetzen verstehe wir hatten da vorher das ist also was anderes eigentlich das hatten wir vorher glaube ich oder mit dem bash aber warum ehrlich zu sein bash ist es noch nicht gut dann müssen wir nämlich in den nahekampf Short Spark Deadly Spark Und nur Spark Okay, das passt alles Gut Na gut Take all and finish And now Slopgods Sanctum Slippery Slopgods escaped your wrath But the map you took Leads to this temple Hide out Okay Gut Dann Gehen wir zurück da hier Und für heute machen wir wieder Schluss Will ich fast sagen Wir schäften Einen wunderschönen guten Abend Schlaft gut Und Träumt was schönes Bis dann